Ach ja, 200 Punkte am Anfang. Nice. Fehlen nur noch 9.800. Mal wieder ein Geist, Leute! Kommt direkt zu mir, aber er hat wen anderes gesehen. Ha! Da hinten sind sie. Beim Mähdrescher. Hey, Daydream! Unsere liebe Daydream ist da, Leute. Und werden erstmal von Echse direkt bestraft, dass sie in den Stream gekommen ist. Die rennen da hinten beim Mähdrescher die ganze Zeit rum, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und jetzt hat er ihn. Ich mach mal Ready zur Ablenkung. So, wo kommt er hin? Im Pornokeller oder was? Wow, krass. Weiß ich nicht, ob ich da hin will unbedingt, Leute. Noch ein Midi-Pack. Facecampt er ihn oder was? Nee. Oh doch, der ist da. Der hat gerade getankt. Komm in unsere Richtung. Komm in unsere Richtung. was denn so schnell her was wieso ach ok ich habe ihn so gut abgelenkt dass der andere ihn retten konnte gut gemacht hat er mich gut getrollt oh nice shit gerade den sprintbus übrigens getriggert und 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 Alter, du Sausack. Ich dachte mir gerade nur so, wie, wo? Der war doch eben noch da hinten. Wieso ist er auf einmal hinter mir? Ich dachte, der hat sich gerade wieder enttarnt, Alter. Oh mein Gott. Oh, Brandon, ey. Vielen Dank für die Donation. Muss ich jetzt ja trotzdem nochmal sagen. Vielen Dank, mein Lieber. Ich wollte sehen, was passiert. Es passiert, dass du mich verdammt nochmal erschrickst. Alter. Alter Vater, ey. Ich habe so einen Ködl in der Buchs gehabt, ey.